Falls ihr keinen Plan habt, warum in der Abo-Box kein neues Video erscheint, überprüft einfach eure Benachrichtigung. Heute ist ein guter Tag. Ich kann's förmlich riechen. Hey Leute, was geht denn bei euch? Crazy is back. Mit einem neuen Video im Gepäck. Baby, uff. Ja, ich bin euer Crazy Memphis und ja, willkommen zu einem erneuten Let's Play. Und zwar zu Steep. Jawohl. Das ist heute Morgen reingeflattert und ich hatte schon so ein paar Sachen gesehen davon und fand's wirklich sehr interessant und vor allem auch mega lustig. Äh, Ragdoll for the win und so sag ich nur dazu. Und ähm, ja, wir haben jetzt einen Tag vor, äh, nach Weihnachten. Äh, jetzt ist, äh, der Spuk ist jetzt endlich wieder vorbei, kann man sagen. Und ja, wie sieht's aus bei euch, Leute? Habt ihr Weihnachten gut überstanden oder was? Ähm, ich auf jeden Fall. War auf jeden Fall ganz angenehm. Und ähm, ja, ich soll jetzt hier die erste Mission machen. Nein, doch. Ich freu mich auf dieses Spiel definitiv, weil man hat hier irgendwie mehrere Sachen, die man machen kann. Man kann halt snowboarden, man kann, glaub ich, Skifahren und Wingsuit. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ob's dann noch irgendwelche andere Sachen gibt, das weiß ich nicht. Das werden wir da noch rausfinden. By the way, das Spiel wird auch irgendwie, äh, ähm, gesponsert von GoPro und von Red Bull. Auch eine sehr nice Sache, vor allem von GoPro, sehr, sehr nice. Hier gibt's auch irgendwie, kann man eine GoPro-Sicht einstellen, aber ich hab noch keine Ahnung wie. Das werden wir dann halt noch rausfinden. Wähle den Wingsuit aus, indem du RB gedrückt hältst, um das Sportartenrad zu öffnen. Bewege dann den linken Stick nach unten und den Wingsuit zu markieren. Lasse RB los, um, okay, 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 alles klar. Äh, okay. Denk dran, dein Flug und den Anzug... Weil ich hab den linken Sticken benutzt, um halt erstmal zur Kante zu gehen, verdammte Scheiße. Aber das ging ja gar nicht. Äh, äh... So, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, here we go, let's do this, willkommen zu Stick. Okay, 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 okay. Fuck you! Willkommen zu Stick. What the fuck? Willkommen zu Stick. Let's do this, fly. Fly like an angel. Okay. Jetzt soll ich auf jeden Fall snowboarden, sagt er. Wow. Wow! Okay. Oh, das sieht ja schon mal easy aus. Also, ich bin auch gespannt, dieses Spiel, ähm, ist quasi auch komplett Open World. Und, ähm, es ist mehr oder minder auch ein, ja, kompletter Online-Server. Das heißt, man trifft halt auch andere Spieler demnächst. Äh, man kann sich irgendwie, glaube ich, ähm, ja, ich sag mal duellieren. Man kann zusammen allgemein voll die Faxen machen. Wow! Wow! Okay. Und, äh, ja, ich bin auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gespannt. Oh! Oh! Oh, shit. Äh, okay, ja. Oh! Au! Oh, das sieht ja schon mal easy aus. Jetzt lassen wir mal richtig einsausen hier. Passt mal auf. Okay. Und, ali, hopp! Oh! Nope! Au! Hopp! Yeah! Nice, alter! Let's go! Ah! Ah! Ja, ja! Spring voll jetzt. Oh, like a boss. Wow! Wirklich like a boss. Holy shit! Really nigga? Oh, hier kommt ein guter, hier kommt ein guter Oh, wow, shit, oh mein Gott, Felsen, Bäume, ja, ich hab's doch, what the hell, muss ich einfach losfahren, oder was, nee, kann ich mir nicht vorstellen, die Challenge kann nur mit, oh, okay, what the hell, jetzt hab ich natürlich vergessen, mal einen Trick zu machen, wär auch mal nice, einfach die stupide Fahne, das kann ja jeder, ne, so, here we go, oh, und da bretter ich gleich so einen raus, okay, this is fucking awesome, Leute, ehrlich, gold gewonnen, oh, achso, ich hätte, help me, help me, spürst du das, das ist das Leben, okay, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, jetzt kommen die Tricks, hier ist das, wofür wir die ganze Zeit geübt haben, ich würde sagen, here we go, okay, fuck you! Holy shit, das war jetzt mal nur mit dem linken Sticken, um erstmal reinzukommen hier, weil daran muss ich mich noch gewöhnen an diese Jumpding, oh, wow, okay, so, die haben gesagt, fahren, rasen und, äh, oh Gott, Tricks machen ohne Ende, ja, oh, das kriegen wir doch hin, ah ja, können wir hier rüber, das wäre, oh, okay, nein, wir können nicht rüber, au, heftigste Scheiße, baum, au, nice one, really nigga, oh, ha, 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 Gäste, baum, au, heftigste, 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 ba